...heiß ich nach 10 Jahren und mehr als 500 Pflichtspielen für den THW darf schieben. Dominik Leim kam 2006 auf die Volkos-Waldstadt nach Kiel und erzielte schon in seiner ersten Saison in 54 Spielen 211 Tore bei nur 8 Zeitstrafen. Ein europäischer Volkos-Waldstadt im Laufe, deren Partis in seiner Handballerfamilie beim Kurz-Obernburg geschaffen wurde. Als einer der erfolgreichsten und beliebtesten Handballer Deutschlands erlangte er mit dem THW unter anderem 6-mal den THW-Pokal, 5-mal den Supertag, 8-mal die Deutsche Meisterschaft und 3-mal den Champions League. Und 2015 wählten die Kieler ihn zum Sportler des Jahres. Dominik Leimann steht unheimlicher Ultimator und Anteiler, ob auf dem Spielfeld oder auch daneben. Immer mit ganzem Herzen für den THW. Sein Leitspruch, wir müssen kämpfen bis zum Umfall und dazu passt auch sein unvergessliches Comeback. Nach neun Monaten Verletzungspause in der 57. Spielminute und 2.000 Kumpel in Westen. Eine Herbstunde, wir sind in der letzten Woche. Für unseren Fans und den THW meinen immer ein herzliches und freundliches, sogar freundschaftliches Verhältnis wichtig. Für jeden nahm er sich Zeit und freundliche Worte. Die Verbundenheit zu seinen Mitgefährten wird auch dadurch deutlich, dass heute neben vielen Sportkameraden alle seine Trainer seit der Jugendzeit hier in Thielen bei seiner Verabschiedung dabei sind. Applaus Aber auch im Ausbereich der Herstellerin hat sich mit großem Anmerksamkeit eingebracht. Sei es im Sozialbereich als Botschafter, sei es als Zeremonienmeister bei THW feiern oder auch bei der Planung dieser tolle Veranstaltung. Über eine Frage steht sein ausgeträgter Familiensinn und seine Kinderlinie. Mit Handball-Nationalstuhlerin Isabel kräuterlich über Sönchen Tollen und das ist ein echter Diener. Applaus Ja, liebe Damen und Herren, jetzt wird es höchste Zeit servus zu machen. Servus zu Kiel, servus zur Sparkass Arena und servus zu deinen Fans. Wie für deine Familie zieht es nach Namen, zu denen zum HWC, die sie zu nach Doha Atlantik. Erstmals seid ihr hartballerisch gemeinsam in einer Stadt. Dabei braucht man ein bisschen mehr Zeit für ein anderer. Du hast in den zehn Jahren in Thiel Maßstäbe gesetzt und die Herzen der Kieler erobert. Thiel verliert mit dir einen Stiftungsportler. Applaus Wir werden dich vermissen. Applaus Wir haben die ganze Zeit für eine tolle Zeit und wünschen wir und der Familie eine erfolgreiche und vor allem glückliche Zukunft und rufen dir zu. Tschüss, servus und auf Wiedersehen. Wir werden dich vermissen. 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 Vielen Dank.